Hi! Wir besteigen gerade einen Berg. Wir waren eben in Bluedance. Wetter war heute Morgen nicht ganz so gut. Ein bisschen geregnet. Da haben wir gesagt, komm, fangen wir nach Bluedance in so ein Einkaufscenter. Und als wir da waren, war das Wetter auf einmal so gut, dass wir gesagt haben, wenn wir wiederkommen, besteigen wir einen Berg. So, und da sind wir jetzt gerade bei. Es ist wärmer als gedacht. Ich habe alles schon ausgezogen, was ich ausziehen kann. Asthmatika-Lunge meldet sich auch schon. Ja, das ist alles Training. Aber wir machen Etappe für Etappe, auch wenn der Weg nicht so weit ist. Aber Hauptsache schaffen. Ja, geh ich doch mal von aus. Nochmal das Wetter nutzen und mal sehen, wo wir so landen. Wir haben auf jeden Fall jetzt wirklich blauen Himmel. Also heute Morgen hat es ja geregnet wie aus Kübeln. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wahrscheinlich weniger. Ja, aber wir machen bestimmt gleich nochmal ein Video. Ja, wenn wir oben sind. Wenn wir oben sind. Und ja, bis dann.